Hallo Leute, heute habe ich eine Runde für euch auf Labs. Ja, ihr habt es richtig gehört, auf Labs. Und zwar ist die während des Events entstanden, als man auf Labs scaven konnte und auch Gluha da war. Und da ging es richtig zur Sache, waren auch noch viel, viel mehr AI-Scaves auf der Map. Und ich habe versucht, so viele Kills wie möglich zu machen mit der Ash-12. Das ist einfach die Waffe, die sich da am besten für eignet, weil man am wenigsten Ammo nachstecken muss, weil man letzten Endes pro Schuss am meisten Schaden austeilt. Und es daran letzten Endes hängt, wie viele Leute man wirklich killen kann. Ich bin kein Labs-Main, deswegen so gegen 100 Kills oder so ist es bei mir nicht gegangen. Aber es war eine ganz gute Runde und die wollte ich euch einfach nicht vorenthalten. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider. Würde mich freuen, wenn ihr noch vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Einen dürfte ich haben. Einen dürfte ich haben. Einen müsste ich haben. Das waren eben drei, ja. Einen dürfte ich auch. Ich habe gerade noch schön meine Vaseline genommen und dann kommen die schon. Heftige Dudes. Ich glaube, die naden noch ewig da hinten, weil sie jetzt nichts anders machen außer Save My Gear. Das war es mit ihrer Runde. Die wollten mich persönlich gar nicht mehr in, ja. Da liegt einer. Oh, ich denke, das ist ein Schiff, okay. Oh, boy. Ich habe den einen da dringend gehittet, der Küche, 100 pro. Das ist der Scheiß-Gef-Boss. Junge. 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 Nein, Hauptsache das... Ah nee, Gott sei Dank. Äh, hallo? Mit was schieße ich hier? What the fuck? Was schieße ich hier? Wir gehen mal kurz hier ein bisschen Uns flicken würde ich sagen Ich glaube die Slick hat sich schon gelohnt Eieieiei, der Scafboss da Ist ein gutes Waffentraining auf jeden Fall So, wie kann man das sagen Ich glaube so spielt sich dann Arena Deathmatch So um den Dreh Du hast zum Tier Ja, ich weiß, ich weiß Beste Stelle War ich gestern schon gesessen So angenehm, oder? Ich weiß gar nicht, was ihr habt Geh bitte Ich könnte mich auch einfach hier hinstellen Macht Spaß, es freut mich Geht's aus, Bongas Ich weiß nicht, was ihr habt So, Scaf-Boss. Okay, der hat sich aber auch eingefangen hier, ne? WTF? Hast du ein Backpack? Nein. Michl, mach's gut, bis dann. Mach's gut, bis dann. Mach's gut, bis dann. Mach's gut, bis dann. Mach's gut! Okay, irgendwas ist am Geländer hängen geblieben. Mach's gut! Scaf-Boss. Ich kann eh nicht alles tragen. Naja, looten brauch ich eh nicht. So, wir sind mal sicher, aber... Okay, es geht weiter. Ich will den Rucksack holen und da wenigstens das Zeug einpacken. Oh, Scaf-Spieler leiden hier. Hier leiden gerade alle. Erreicht die Muni nicht? Ah, doch! Geht schon. Bei der Knif... äh, bei der... Knifte. 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 55 hier. Ne. Achso. 1 Raider. Schau mal, mach ich! So, der hat einen Altlin, das ist sogar eine Guard hier, okay. Okay, wir bringen mal kurz den Loot hinter, dass wir den Notfalls dann mit rausnehmen können, ne. Was ist denn? Das war kritisch. So, den bringen wir jetzt mal runter. So, wir lassen ihn erst mal. Ne, mein Bart bleibt. Der Bart bleibt. Ich hab mich so dran gewöhnt. So, die Zeit haben wir noch, 17 Minuten. Wir haben noch Amor. Ich will bloß mal diesen Backpack jetzt halt hier. Nein, lassen wir es da liegen. Scheiß drauf. 100 Kills, Challenge. Ne, 100 werden wir eigentlich nicht schaffen. Dafür fehlt mir die Erfahrung auf Labs. Das war's. Hä? Ja, wir werden auf jeden Fall leichter. Mit jedem Schuss werden wir leichter. Mein Kill-Rekord, keine Ahnung. 40 oder so habe ich jetzt einmal gemacht. Aber es geht mir auch nicht darum. Finde ich auch nicht wichtig. Sagt relativ wenig aus. Radar. Wieso kommt da genau der Bluttropfen, ey? Finde ich auch nicht. 40 knacke, ja das ist easy. Es macht auch Bock, ey. Kann ich sagen. Laps waren noch nie so spaßig. Ordentlich was zum Abschießen auf jeden Fall. Und für die Ashe habe ich auf jeden Fall noch Ammo. Halt, die Max muss ich mitnehmen. Kann ich nachkaufen. Irgendein Screenshot. Ah, ich habe da schon so viele. Irgendwie ist jede Runde heute eine YouTube-Runde. Oder was ist da los? So, das war's. Ashe, Muni, ordentlich durchgelassen. Okay. Bei Reload, Max. Content für die nächsten Jahre, ja. Erstmal kein Streets of Targ of Content. Wir müssen erst mal alle Event-Rates auf YouTube packen. Wir müssen noch mal Thema geben. Wir müssen jetzt gleich noch mal anschauen. Wir müssen noch mal alle Event-Rates auf sich auf sieht, wir müssen noch mal von всем funktionieren. Wir müssen jetzt noch mal ein paar BAT-Rates gehen. Wir müssen noch mal bei den ersten Tüten. Wir müssen noch mal ein paar BAT-Rates machen. Wir müssen noch mal mit den Rates machen. Wir müssen noch mal hier sein. Wir müssen noch mal bei den Hungern. Er ist nicht glücklich. Er ist sicher nicht glücklich. Hat sich gedacht, er slackt sich hier mal ein bisschen was. Ne, 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 nicht mit mir. Dafür bist du glücklich. Da ist es umso besser. Die Gegner sind unglücklich. Meine Viewer sind glücklich. So soll es sein. So soll es sein. Jetzt gerade runtergetapselt. So soll es sein. So soll es sein. Ja, ich glaube, im Hangar, ne. Hä? Wo sind sie denn alle? Mal schauen, ob die Muni reicht. Ja, ich glaube, jetzt spawnen keine Scavs mehr. Ah, ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Also, du bist doch hier unten. Das ist ja kein Scheiß. Das ist ja ein Scheiß. Ja. 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 Tja, die Muni reicht schon, es sind nicht mehr so viele. Bye-bye, vielen Dank für's Follow, Willkommen. What the fuck? Der ist oben drin, oder? Muss hier sein. So, schauen wir mal an die andere Ecke und dann packen wir unseren Loot und gehen wir langsam raus. Okay. 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 Hier höre ich nix. Geh mal raus. Okay. So viel sicher. Hacker. Wenn ein Hacker hier wär dann wär ich schon lange Matsch. So viel ist sicher. Richtiger Hacker, achso. Ja. Für die KD ist es auf jeden Fall gut, das stimmt, ja. Hier sind irgendwo noch Raider gespawnt. Ah, die suchen jetzt nicht mehr. Es könnten Raider gespawnt sein, keine Ahnung. War eine wilde Runde. Ja, machen wir mal Hallo YouTube draus, ne? Kommt, machen wir Hallo YouTube. Könnte sein, dass die auf YouTube landet, war ja ganz unterhaltsam. So, wie viel haben wir? Ich sag, wir haben so um die 50. Ja, 47. Ist es aber nicht die Welt, finde ich. Ist nicht die Welt. Ich sag mal, dafür, dass ich Laps so wenig spiele, ist das schon ganz okay. Dafür ist es schon ganz okay. to get away to see you again see you again we find ways to get away to see you again see you again Vielen Dank.